Hey Leute, mein Name ist Timo und willkommen beim Surao Kanal. Ich habe hier meinen alten Rucksack, der ist ein gebrauchter Rucksack von der französischen Armee und der wird heute ersetzt. Durch was wir den ersetzen, seht ihr nach dem Intro. Untertitelung. BR 2018 Das hier ist mein neuer Rucksack. Das ist der Tactical Modula 45 Liter. Der ersetzt meinen 100 Liter Rucksack von der französischen Armee. Und warum? Ganz einfach, weil man hier viel mehr Verstau-Möglichkeiten hat und es dadurch einfach viel platzsparender ist. Ja, egal ob man ihn als Fluchtrucksack für Bushcraft, Wanderung oder anderen Abenteuern benutzt, mit seinen 45 Litern und unzähligen Verstau-Möglichkeiten hat man einfach die Möglichkeit, den praktisch und bequem zu packen. Aufgeteilt wird der Rucksack in ein Hauptfach, mehrere Fronttaschen, zwei Seitentaschen und vorne noch eine Einschubtasche. Vorne haben wir haufenweise Molle-Aufnahmen, das heißt, da kann man Karabiner zum Beispiel einhängen oder zum Beispiel auch ein Erste-Hilfe-Set. Das heißt, man hat hier außen auch noch haufenweise Verstau-Möglichkeiten. Zudem haben wir hier seitlich zwei Schlaufen, die man auch festziehen kann, wo man zum Beispiel einen Schlafsack reinmachen kann, eine Isomatte oder halt auch eine Jacke oder eine Plane. Haben wir hier auf beiden Seiten, man kann da auch zum Beispiel seine Axt dran machen und schön festziehen und dadurch bietet der halt meiner Meinung nach auch noch viel mehr als nur 45 Liter, weil man halt außenrum haufenweise Verstau-Möglichkeiten noch hat. Praktischerweise haben wir hier auch noch die Möglichkeit, einen Trinkschlauch an diesen zwei Schlaufen hier anzubringen und hier haben wir auch nochmal wettergeschützt einen kleinen Durchbruch, wo man den Trinkschlauch dann durchführen kann. Und dann ebenfalls hier auch nochmal unter einen Glättverschluss versteckt Möglichkeiten, Kabel zum Beispiel von der Powerbank, die hier rausgehen, um so eine Geräte wie zum Beispiel auch ein Smartphone auch anzuschließen, welche dann aus dem Rucksack rausgehen. Dann kommen wir zu unserem Rückenträgersystem. Hier haben wir ein Rückenpolster mit einer herausnehmbaren Rahmenplatte, ein Schulterpolster, welches auch längenverstellbar ist und auch nochmal Molleaufnahmen bietet. Zudem für Brust und Becken auch nochmal längenverstellbare Schlaufen. Damit wird die Last perfekt aufgeteilt und es ist nicht alles direkt auf dem Rücken. Dann kommen wir doch mal ans Innenleben. Hier haben wir zwei Wegereißverschlüsse, die auch nochmal extra Schlaufen haben, das heißt auch mit Handschuhen kann man hier leicht den Rucksack aufmachen. Dann kann man diesen ganzen Rucksack auch packen wie ein Koffer. Netztaschen, auch nochmal mit Reißverschlüssen, wo man schonmal sein Gepäck einzeln reinmachen kann. Hier haben wir dann auch nochmal Packgurte mit Schnappverschluss. Hier kann man sein Gepäck richtig schön festziehen, das heißt da wackelt nichts mehr, da klappert nichts mehr, was nicht nur vom Packmaß her den Vorteil hat, sondern man kann sich dadurch auch geräuschloser bewegen, was ein Riesenvorteil ist, in einem Ernstfall zum Beispiel. Dann kommen wir mal zur größeren Fronttasche. Da haben wir mehrere Einsteckfächer und zwei verstellbare Schlaufen, da kann man auch Getränke oder sowas befestigen. Ja und da haben wir auch nochmal unzählige Packmöglichkeiten, dass man so ein Gepäck auch schön aufteilen kann, dass alles super geordnet ist. Hier noch eine kleine Seitentasche, da können Sachen hin, wo man zum Beispiel schnell mal Zugriff braucht, wie zum Beispiel sei es eine Taschenlampe, oder vielleicht mal was zu essen, einen kleinen Snack für nebenbei. Auch nochmal eine kleinere Fronttasche, auch nochmal für Sachen, die man vielleicht schnell braucht. Ja, theoretisch kann man hier auch, wenn man zum Beispiel filmt draußen, seine Akkus reintun und hier auch nochmal mit Reißverschluss eine extra Netztasche. Also ihr seht, haufenweise Verstaumöglichkeiten. So viele, dass man vielleicht gar nicht weiß, wie man alle nutzen soll, aber lieber zu viel als zu wenig, würde ich sagen. Ja, dann hier ganz normal noch zwei Seitentaschen. Dann kommen wir mal zu meinem persönlichen Feedback. Ich habe den Rucksack jetzt schon auf mehreren Touren dabei gehabt und ja, wie schon gesagt, ich habe meinen alten Rucksack dafür nicht weggeschmissen, aber das ist jetzt auf jeden Fall der, den ich hauptsächlich benutzen werde, weil für mich als YouTuber mit unzähligen Akkus, sei es von GoPro, von der Kamera, von der Drohne, kann ich die hier verteilt packen, dass ich genau weiß, wo was ist. Bei meinem alten Rucksack habe ich einfach alles reingeschmissen irgendwie und natürlich dann nicht immer das gefunden sofort, was ich gebraucht habe. Und hier hat man immer sofort darauf Zugriff. Meine Lieblingsfunktion bei einem Rucksack ist einfach, dass man ihn packen kann wie ein Koffer, alles festziehen kann und diese geilen Netztaschen dann nochmal hat. Da hat man perfektes Packkomfort und was ich auch sehr mag, ist der Tragekomfort. Also ich bin damit jetzt auch schon ziemlich viel gelaufen und es ist einfach vom Gefühl her richtig angenehm damit zu laufen. Dazu kommt noch, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, was mir auch gefällt, ist, dass man den nicht einfach nur so tragen kann, sondern hier auch nochmal einen Griff hat, den er einfach so schön seitlich tragen kann. Das ist einfach ein super praktischer Rucksack und der wird mich jetzt für längere Zeit auf meinen Touren begleiten. Gut, was jetzt ich trotzdem sagen muss für einen Winterbiwak, reicht mir persönlich der Platz nicht. Also da noch haufenweise Winterklamotten und Jacken mit reinzuschmeißen, da ist es einfach zu wenig Platz. Da braucht man einfach ab 80 Liter aufwärts, aber ich denke mal, das ist ganz normal. Das schafft einfach kein 45 Liter Rucksack. Wenn ihr noch Fragen zum Rucksack habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Den Rucksack gibt es bei uns im Shop unter www.surau.de. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, gerne auf Abonnieren klicken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.